Warum laufen die denn alle so schnell? Au. Ist doch verdammt knapp, ey. Nachladen. Los, 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 los. Oh, Alter, schluck doch, Mann. Verdammt, immer daneben. Alter, wirst du mich verarschen. Scheiße, Panzerfaust auf dem Dach. Schluck dir den Hurensohn. Auf dem Dach? Oh, verdammt, ey. Weiter, weiter, weiter. Weg. Weg. Weg mit dir. Fahrzeug kommt von rechts. In der Tat. Double. Nice. Ui, da, warum bewegen die sich? Ja, okay, der bewegt sich nicht so viel, trotzdem treffe ich ihn nicht. Nett. Hauptziel aus der Garage. Scheiße, ich muss nachladen. Aufhalten. Auf geht's. Da bin ich dabei. Los, 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 los. Beeilung. Los, los, los. Hält den Balken auf. Sehr wieder. Schieß. Schieß auf den Balken. Los, erwisch den Buster. Was ist da los? Was ist da los? Ich hoffe, er lebt noch. Eins, vier. Eins, drei. Wir haben Al-Bashir. Und sichern ihn jetzt. Over. Verstanden. Wir sind jetzt unser Weg zum Abholpunkt. BLA in einem Kumpel. Oh yeah, er bewegt sich. Begleit halten für Kontakt. Aus. Ich hab ihn. Deck du die Straße ab. Ihn hat's übel erwischt. Wir müssen ihn hier raus. Verdammt. LOL. Scheiße. Da waren zu viele auf einmal da. Damn it. Die haben uns ein bisschen überrannt, würde ich sagen. Nicht so cool. Auf keinen Fall. So, hier nochmal sichern. haben Al-Bashir. Und sichern ihn jetzt. Over. Verstanden. Wir sind jetzt unterwegs zum Abholpunkt. Ja, tu das. BLA-Einheiten kommen auf euch zu. Bereit halten für Kumpel. Out. Ich hab ihn. Deck du die Straße ab. Ich war schon mal vor. Das ist übel erwischt. LOL. 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 Scheiße, man. Das sind einfach zu viele. Scheiße, man. Fuck. Das sind leider zu viele. Ich rushe da jetzt einfach mal in den Hof rein und schau, was passiert. Wir haben Al-Bashir und sichern ihn jetzt. Over. Verstanden. Wir sind jetzt unterwegs zum Abholpunkt. BLA-Einheiten kommen. Ich rushe dann hier rein. Exit. Alles klar. Ey, von wo schießen die denn überhaupt? Alle. Ich krieg sofort Feuer. Das ist der Hammer. Und die nicht. Keine einzige Kugel trifft. Das ist ja der Hammer. Also doch da rein. Alles klar. Ich passe auf. Ist da wer? Doch. Ich sehe keinen. Ich sehe keinen. Oh yeah. Guter Platz. Gefällt mir. Rein mit dir. Oh yeah. Wir sind wieder im Einkaufszentrum. Oh man, das hört sich schon mal nicht gut an. Um Kämpf der Abholung. Die Wunden sind übel. Hey. Hey. Bleiben Sie wach. Wach bleiben. Hey. Sterben Sie mir nicht weg. Hey. Wie heißen Sie? Wie ist der Name? Mein Name. Mein Name ist Haruk. Komm Sie mal. Halten Sie durch. Nein, nein. Mehr gibt es nicht zu sagen. Wie Sie meinen. Bleckbein. Leg ein paar Minen hier aus. Bald werden uns eine Menge wütender Leute besuchen. Deck die Eingänge ab. Sobald ein Feind kommt, pustest du ihn weg. Mach schon. Beeilung. Sie kommt. Welche Minen denn? Ah, okay. Nice. Drei. Start aus. Wir haben uns im Kaufhaus verschanzt. West seit der erste Schloss. Ich lege einfach mal überall, wo Exit steht, mal eine Claymore. Und schau, was passiert. Aber wir haben noch eine. Haupteingang. Alles klar. Wo ist der Haupteingang? Scheiße, Mann. Und schau wieder daneben. Nachladen. Schneller. Traut sich da noch wer? Ich glaube ja nicht. Doch. Da wollen noch welche. Die kriegen. Die kriegen. Das sage ich euch. Eins, drei. Achtung. Vier LA-Einheiten bringen über Außentreppen in den ersten Stock vor. Passt auf die Eingänge auf. Over. Mhm. Verstanden. Gib an den Türen Feuerschutz genau voraus. Wie ist der Zustand des Gefangenen? Blutet stark. Schockzustand sieht nicht gut aus. Lasst ihn nicht sterben. Verstanden? Halte ihn am Leben. Er sieht echt scheiße aus. Er explodiert was? Da ist auch Incoming. Nice. Oh, fuck it. Ich will jetzt nicht nochmal einmal machen. Ohne Scheiß. Deshalb verpisse ich mich mal hier. Versteck mich jetzt. Von wo schießt denn der, Alter? Da ist einer. Aber es war nicht der, der geschossen hat. Na drüben. Aua. So. Scheiße. Den hole ich mir so. Wo ist denn der? Den sehe ich gar nicht. Lol. 1,4. 1,3. Kommt ihr durch bis zum Kaufhaus. Over. Stehen unter schweren Beschuss. Feindliche Anreisen setzen sich zu euch ab. Erster Stock. Ausgangstüren. Verstanden? Verstanden. Was? Blackburn. Wir müssen hier weg. Komm mit. Ähm. Okay. Ich habe ein bisschen viel Blut verloren. Aber er muss es schaffen. So. Wohin? In den nächsten Shop oder was? Oh Mann. Echt jetzt? Hoha. Der ist aber hart aufgekommen. Scheiße. Dies ist meine Claymore nicht hochgegangen. Oh fuck it. Dammit. Nein. 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 Ich hoffe da war ein Jackpoint, Alter. Ohne Scheiß. Nein, Mann. Damn. Hoffentlich. Bitte, 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 bitte. Ja. Gott sei Dank, ey. Ohne Spaß. Meine Claymore ist weg. Lol. Alter, warum treffe ich den nicht? Nein, 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 nein. Ich bring mich doch nicht um. Ich habe dir doch gar nichts getan. Ja, das ist Geländer, Alter. Das ist Geländer. Deshalb treffe ich ihn nicht. Das ist so lächerlich manchmal. Von wo? Warum ist denn der da oben? Lol. Nein. Oh Mann. Alter Verwalter. Da ist safe. Da ist safe. Wo ist denn der? Gut, dass die One-Shot ist, ey. Ohne Spaß. Oh Mann. Ey, der ist direkt vom Laden. Warum schießt ich denn auch nicht auf den? Machst du auch noch was? Oder eher nicht so? Ja, dann schluck doch mal die Kugeln, hä? Der schluckt die eiskalt. Au. Damn it. Erstmal nachladen, würde ich sagen. Was machen die denn da? Nein. Nein, 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 nein. Oh Mann, ey. Du bist hier richtig umsingelt. Die stehen einfach irgendwo und machen dich fertig. Gefällt mir überhaupt nicht. Wo ist denn der? Ich sehe den überhaupt nicht. Von wo? Alter. Geh mir nicht auf den Sack. Ja, da ist wieder einer, ey. Ohne Spaß. Jetzt habe ich ihn aber. Da, jetzt ist da oben wieder einer. Alter, Scheiß geht da, Mann. Jetzt hat er aber. Oh Mann. Verstanden. Verstanden. Al-Bashir hält uns mächtig auf Tragen. Er sieht nicht gut aus. Lass ihn nicht sterben, verstandlos. Halte ihr Leben. Mach mir. Blackburn, komm her. Ich glaube, er fantasiert. Oh ja. Ihr kennt, Solomon Genuss, wenn ich auf Altenbriefen sein. Da ist unser Taxi. Blackburn, halt dich für den Rückzug bereit. Geiles Taxi. Ich höre es schon. Noch ein Incoming, oder? Ach, leck mich doch. Spray and Prey auf jeden Fall. Ich muss schon sagen, die Lichter verraten die schon extrem, wo die sind. Feuer einstellt. Wir kommen raus. Sagst du zu den Gegnern, oder was? Ja, und die warten hier. Alter, was sind denn das für Säcke? Die warten hier einfach eiskalt. Alter, oh Mann, ey. Scheiße. Was ist los? Rein da. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Mach auf, die Scheißtür. Sonst verrecke ich hier noch vom Taxi, ey. Lol. Mit der RPG, Alter. Was sind denn das für Noobs? Oh Mann. Einmal Kopfschütteln. Müsst ihr euch vorstellen. Da werde ich von der RPG getroffen. Es ist ja richtig müß. Okay, Gott sei Dank. Ich verpiss mich jetzt einfach. Muni holen? Jo. Alles klar. So, von wo kommen die jetzt? Von wo kommen die jetzt? Ich warte. Und warte. Ah, ich muss zurück. Lol. Warum muss ich denn jetzt zurück? Ich muss wieder einen Triggerpoint aktivieren, damit sie überhaupt vorangeht, ey. Sowas gibt es mir echt nicht. Das kotzt mich mal an. Los geht's jetzt. Ja, dankeschön. Der Startschuss ist gefallen. Spray and pray, motherfucker. Das war's. Jetzt beeil dich, Mann. Ich will hier raus, Mann. Ich hab keinen Bock mehr. Hier sind überall diese scheiß PLR-Soldaten. Und die gehen mir ja mal richtig auf den Sack. Feuer 1, wir kommen raus. Jo, Leute. Scheiße. Ich muss mich hier irgendwie... Warum stirbt denn der jetzt? Wieso ist denn der vorher nicht gestorben, Alter? Wie mir das... Ah, das nervt mich jetzt schon wegen... Wieso ist denn der vorher nicht gestorben? Wieso stirbt der erst jetzt, Alter? Ohne Spaß. Der ist vorher nicht gestorben. Und ich hab den hier alleine gelassen. Oh, Mann, ey. Hier, komm. Lutsch. Mann. Ja, was ist denn? Ja, das kennen wir schon. Ich bin da. Wo bist du? Auf geht's. Kommt. Ihr faulen Säcke. Der lebt noch. Oh, der mit. Der lebt noch. Jetzt komm noch. Mach doch hin, ey, jetzt. Ja, dann warte ich hier. Komm, jetzt beeil dich. Schau dich zurück, Mann. Hey, wo ist denn diese scheiß RPG-Noob, ey? Ohne Spaß. Wo, Alter, wo? Ich will nicht noch einmal getroffen werden, sonst sterbe ich, Mann. Ohne Spaß. Ich seh keinen Gegner. Mach doch auf jetzt. Nein, ich will rein, ich will rein, ich will rein, Mann. Nein. Hier, erstmal verstecken. Erstmal so ein bisschen regenerieren und dann können wir mal schauen, was ich mache. Da ist einer. Ja, wir machen. Da ist ein bisschen mit ihm. 地 Meter.